Vor 18 Jahren zog ein kleiner schwarzer Kater namens Midnight in einen lebhaften Haushalt ein, um Mäuse zu fangen und seiner liebevollen Besitzerin Gesellschaft zu leisten. Midnight wuchs in einer Umgebung voller Liebe auf, mit vielen gemütlichen Plätzen zum Schlafen und Spielzeug zum Spielen. Er blühte in seiner Rolle auf und brachte seiner Besitzerin Freude und Trost. Doch im Laufe der Jahre begann sich Midnights Welt zu verändern. Seine geliebte Besitzerin ging in den Ruhestand und beschloss umzuziehen, wodurch der liebevolle ältere Kater ein neues Zuhause brauchte. Zum Glück hatte das Schicksal andere Pläne für Mitternacht. Eine mitfühlende Freiwillige von Little Wanderers NYC nahm ihn in Pflege und war entschlossen, ihm eine zweite Chance auf Glück zu geben. In seinem neuen Pflegeheim eroberte Midnight mit seiner ruhigen und sanften Art schnell die Herzen. Er gewöhnte sich hervorragend ein, kuschelte sich in sonnige Ecken und war immer bereit für eine liebevolle Berührung oder ein freundliches Wort. Trotz seines Alters zeigte sich hin und wieder sein jugendlicher Funke, wenn seine Lieblingsspielzeuge hervorgeholt wurden. Ein Beweis dafür, dass der Geist eines Kätzchens auch im ältesten Kater weiterleben kann. Midnights Charme eroberte schließlich das Herz einer fürsorglichen Tierarzthelferin. Sie war von seinem liebevollen Wesen begeistert und beschloss ihm, das Zuhause für immer zu schenken, das er so sehr verdiente. Vor einem Monat begann Midnight ein neues Kapitel in seinem Leben. In seinem neuen Zuhause blüht Midnight auf. Er hat sich ein sonniges Fenster als Thron ausgesucht, an dem er sich in warmem Licht sonnt und sein glänzendes schwarzes Fell wie ein Samtmantel leuchtet. Neugierig folgt er seiner neuen Familie und begrüßt sie jeden Morgen mit sanftem Schnurren und kuscheligen Momenten. Seine neue Katzenfreundin Miss Tabby ist zu seiner engsten Begleiterin geworden. Sie teilen Schlafplätze und spielen miteinander, als wären sie beide noch jung. Mit seinen 18 Jahren genießt Midnight das Leben immer noch mit dem Herzen eines Kätzchens. Er findet Freude in ruhigen Momenten, in denen er die Sonne genießt oder einer Spielzeugmaus durch den Raum hinterherjagt. Seine goldenen Jahre sind erfüllt von Liebe, Wärme und der Gesellschaft einer Familie, die ihn von ganzem Herzen schätzt. Midnights Geschichte erinnert uns daran, dass jedes Tier, egal wie alt oder woher es kommt, ein liebevolles Zuhause verdient, in dem es aufblühen kann. Es ist eine Geschichte von Hoffnung, Stärke und den unglaublichen Veränderungen, die möglich sind, wenn Menschen und Tiere sich gegenseitig unterstützen. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt hat, vergiss nicht, uns ein Like umzugeben, zu abonnieren und deine Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Gemeinsam können wir Geschichten wie die von Midnight feiern und dazu beitragen, mehr glückliche Enden für Tiere in Not zu schaffen. Lasst uns Liebe, Mitgefühl und Hoffnung verbreiten. Eine Pfote nach der anderen.